Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von meinem Kanal, heute zusammen mit Paul und mit Manu. Und zwar reden wir heute über das Thema, warum man im Aufbau wieder langsam mehr Körperfett zunehmen sollte, was die Vorteile und was natürlich auch die Nachteile sind. Und es soll auf jeden Fall euch ermutigen, auch ein bisschen dicker, beziehungsweise ein bisschen zuzunehmen und nicht das ganze Jahr lang versuchen, die hier zu machen, eine gute Shape zu halten, halbwegs gut auszusehen und im Endeffekt das ganze Jahr dann keine Musculatur aufzubauen, weil man halt eben Angst hat, dicker zu werden. Also ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Let's go! Genau, vom Anfang, wie ihr euch so nach der Wettkampf-Date gefühlt habt und was... Ja, für alle, die es nicht wissen, ich und Paul kommen ja eigentlich, ich würde mal sagen, gerade eben jetzt, oder Anführungszeichen, ich Oktober, Paul eigentlich auch so Ende September, glaube ich, oder? Aus einer Wettkampf-Date, dementsprechend, ja, sind wir gerade eigentlich frisch so im Aufbau, würde ich mal sagen. Paul kann ja mal beginnen, vielleicht, weil du hast ja eigentlich recht lange nicht wirklich zugenommen gehabt, oder? Du warst ja recht lange. Viele Coaches, viele Athleten machen es generell eh so, dass sie dann so eine Recomposition-Phase haben, dass sie zuerst so sich vielleicht mal ein bisschen gut gelassen ist, nicht wirklich nach Plan trainieren oder auch nicht nach Plan essen. Ja. Dann einfach nach einer gewissen Zeit dann wieder, keine Ahnung, nach 10 Wochen oder 12 Wochen wieder standardgemäß den Plan durchführen. Bei uns war es eigentlich ähnlich, sag ich mal. Wir haben es uns natürlich gut gehen lassen. Ich hatte da eher so meine Probleme, ich sage es ehrlich, weil ich halt gerne gut in Shape bin, auch wenn es nicht immer geil ist. Aber ich halte halt gerne die Shape so gut es geht. Und wenn man am Wettkampftag absolut krank aussieht und dann eine Woche später, dann ein paar Tage später, dann sich irgendwie wieder nichts versauen möchte, wird halt dann schwierig. Aber klar, man soll natürlich direkt nach dem Wettkampf, vor allem wenn man jetzt relativ professionell das Ganze betreibt und sehr, sehr lieben mit dem Körperfett, dann teils noch dazu das Ganze natural macht, möglichst schnell wieder mit dem Körperfett drauf, um eben Hormone wieder auszugleichen und einfach generell das Wohlbefinden wieder zu steigern und auch ein gutes Verhältnis zum Essen wieder zurückzugewinnen. Weil eine Diät, eine Wettkampfdiät, die unter Umständen 20 Generationen wochen dauert, ist halt alles andere ist normal und die wenigsten werden das wahrscheinlich auch gut durchhalten können. Deshalb sind das schon eigentlich Ausnahmeathleten, würde ich mal sagen. Und vor allem, dass man da jetzt ohne eine Essstörung wieder rauskommt, ist eigentlich auch nicht bei vielen, so wie man sagt. Ja, nahezu unmöglich, weil man ist auf Diät, man trackt alles, man hat bestimmte Lebensmittelgruppen, die man eigentlich tagtäglich isst und dann so Sachen wie Pizza und Süßes fällt halt eben raus, weil es viele Kalorien hat und da trifft man automatisch immer mehr in eine Essstörung rein, dann immer weniger Kalorien, das heißt, der Food-Focus erhöht sich, also das ist immer so ein Teufelsrad, das sich dann gegen ein Wettkampfende aufbaut und man geht eigentlich, ich würde sagen, jeder Wettkampf geht mit einer Essstörung raus, weil es einfach, ja, man zwickt den Körper ja wo rein, wo er nicht rein will und das entfaltet sich dann nach der Diät dann eben komplett, wenn man halt eben wieder, Anführungszeichen, seine Freiheiten hat und dann wieder ordentlich Gas geben kann, was Essen angeht und Manu hat ja auch, sagen wir mal so, der ein oder anderen Kilo, zum Beispiel Mexiko draufgepackt. Also zum Beispiel, ich habe nach dem Wettkampf, ich habe mir gut vorgenommen, meine Form bestmöglich zu halten, was ich meiner Meinung nach auch gemacht habe, klar, für Außenstehende ist es nicht so, weil die halt sehen, die sehen mich so in meiner krassesten Form jetzt und dann zwei Wochen danach halt mit, keine Ahnung, sieben Kilo mehr so, viel Wasser unter der Haut und dementsprechend halt auch nicht mehr so in shape so, aber man darf halt eben nicht die Umstände vergessen und dementsprechend finde ich den Umständen entsprechend, da habe ich die Form recht gut gehalten. Äh, klar, ich habe viel, ich habe gut gegessen oder jetzt zum Beispiel, was Kai gerade angesprochen hat in Mexiko, habe ich halt einfach noch gemerkt, so, dass bei mir schon noch, ich glaube, mehr als bei Paul, so bist du halt einfach, diese Geilheit auf Essen, so, wow, da steht gerade Hummus und Brot, so wirklich so, einfach, wie man es wirklich zum ersten Mal essen sehen, so wie viel. Ja, genau, das ist, glaube ich, immer am krassesten und dann in der zweiten, weiß man schon so ein bisschen, was auf einen zukommt, ich denke mal, in der zweiten Wettkampfdate, ich weiß ja nicht, ich habe bis jetzt nur eine gemacht, aber ich denke mal, in der zweiten Wettkampfdate ist dann alles leichter, was Food-Focus angeht, ich meine, man ist ja schon so ein bisschen drin im Game, man hat das schon mal alles durchgespielt und weiß so ungefähr, man weiß auch im Hinterkopf, okay, wie geht es nach der Idee, wie geht es nach der Idee, wie geht es nach der Idee, wie viel nach deiner ersten Wettkampfdate hast du ja schneller zugenommen, also nach der ersten Wettkampfdate habe ich auch versucht, das Gewicht lang gezahlt, habe aber absolut scheiße ausgesehen, also ich hatte trotzdem vielleicht so, auch noch so drei, vier Kilo über Wettkampfflicht, war einfach immer so bei 100, 102, aber einfach dünn und, sage ich mal, besserig ausgesehen, und das war eigentlich ein ganzes halbes Jahr so, weil ich einfach mich nicht getraut habe, jetzt mit den Kalorien viel höher zu gehen, weil ich mich einfach in der Form jetzt nicht so wohl gefühlt habe, aber krafttechnisch ging dann einfach auch nichts voran und da bin ich jetzt auf jeden Fall in einer besseren Situation, habe mich irgendwie viel, viel schneller gefangen, die Form ist jetzt auch gut, dafür, dass mein Gewicht schon sehr, sehr hoch ist und ich kann wieder viel essen, performe gut, fühle mich gut, der Fokus aufs Essen ist eigentlich auch fast null da, so. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen am Start ist, sind so Routinen von der Diät, also dass man so versucht, seine Schritte noch gut hochzuhalten, einfach aktiv zu bleiben, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber vielleicht manchmal, dass man das auch ein bisschen mehr mal aus dem Fokus lässt, mal etwas genießt oder, ja. Das halt nicht rammt, aufzielt. Für uns, wir stehen ja so in Instagram relativ öffentlich, da ist das nochmal ein ganz anderer Punkt, weil natürlich, ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, wenn ihr dann nach der Diät ist so ein bisschen der Hype, geht so ein bisschen weg, die Form wird schlechter und automatisch kriegt man dann ein bisschen weniger Storyviews und Likes und dann merkt man natürlich, okay, die Form, ich will nicht schlechter werden, ich will wieder zurück in die Diätform und das macht dann natürlich noch, das macht das Ganze noch viel toxischer, wenn man zum Beispiel Influencer ist, aber die Zuschauer, denke ich mal, dass sich da nicht so viele Influencer darunter befinden werden, deswegen könnt ihr den Punkt auf jeden Fall rausstreichen, da könnt ihr sehr, sehr froh sein, dass ihr solche Probleme nicht habt, sondern euch auf euch konzentriert, dass es nicht euer Business ist, sondern dass ihr das mehrere Wege als Hobby macht und dann könnt ihr auch guten Gewissens mal ordentlich was zunehmen nach einer Diät bzw. nach einem Wettkampf, denn wie Paul schon gesagt hat, wenn man das nicht macht, wenn man versucht, seine Form zu halten, dann passiert nicht viel, der Körper hat noch relativ viel Stress im Körper, da der Körperfettanteil sich relativ niedrig befindet, das heißt, ihr bekommt sehr, sehr schnell Wassereinlagerungen, seht dann eigentlich aus, als hättet ihr noch nie trainiert, weil ihr euch noch dünn fühlt, dann kommt das eingelagerte Wasser und ihr seht eigentlich nur noch schlechter aus, deswegen braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, nehmt auf jeden Fall ein bisschen was zu bzw. Körperfett zu nach einer Diät, denn die Hormone müssen auf jeden Fall auch zurückkommen. Was solltest du noch sagen, Manu? Also zum Thema Social Media, Likes und so weiter, muss ich ehrlich sagen, klar, ich bin Influencer und klar freut es mich, wenn Sachen viele Likes bekommen, aber bei mir ist das jetzt eher so nicht das Hauptproblem, sag ich jetzt mal, was Social Media angeht, sondern bei mir ist es eher so, mich triggert es halt, wenn ich halt dann ewig brauche, um ein gescheites Bild hinzubekommen, weil ich halt gescheites Licht suchen will, so und einfach, dass die Form halt nice aussieht, dauert halt dann teilweise bei mir zum Beispiel länger oder ich verwende, muss ich auch ehrlich sagen, alte Bilder, wo ich noch besser in Shape war und schaue, dass ich wieder langsam in Shape so komme und da in der Diät so stellst du dich halt, pumpst so ein bisschen, hast einen leichten Pump stellt sich vor dem Spiegel, das sieht einfach krass aus. Ja, auf die Diät sieht einfach fast jedes Foto gut aus, deswegen. Ja, ja, das ist der glückliche Vorteil bzw. Nachteil bei uns zum Beispiel, aber wir wollen nochmal auf das Thema zurückkommen, dass man jetzt auch wieder Körperfett zunehmen sollte und dass man sich auf jeden Fall keine Gedanken machen sollte, wie man dann eben aussieht, denn der Körper und die Gesundheit ist das Wichtigste. Und wir können nicht dauerhaft relativ niedrig mit dem Körperfettanteil bleiben und versuchen noch, euch gesund zu fühlen und irgendwie dann auch Muskulatur aufzubauen. Also im Naturalsport funktioniert das auf gar keinen Fall, da müsst ihr schon ein paar andere Supplements nehmen, sag ich mal so. Wir können ja auch noch so definieren, was eure Ziele jetzt sind, so in den nächsten zwei, drei Monaten, zwecks Körperfettzunahme, wo ihr noch hinwollt. Was ihr euch jetzt noch so geplant habt. Also in den nächsten zwei, drei Monaten erstmal langsam hoch. Also ich habe jetzt gar keine konkreten Gewichtsvorstellungen. Vielleicht bis Ende nächsten Jahres mal 115 Kilo anpeilen, auch mal eigentlich so hoch wie noch nie gehen. Und dann schauen, dass so viel nicht drauf kommt. Also ich denke mal, die Body Composition ist jetzt eh schon viel besser als vor der Diät. Die 115 Kilo könnten eigentlich bei mir ähnlich aussehen wie mit 110 vom Körperfettanteil, nur halt hoffentlich mit ein bisschen mehr Muskeln. Ja, das ist natürlich immer geil. Ja, ich schaue auf jeden Fall auch, dass ich einfach, sag ich jetzt mal, clean, so clean wie möglich einfach alles aufbaue. Gewichtsziele habe ich jetzt auch nicht so konkret, muss ich ehrlich sagen. Vor allem Manuel ist er eher 17. Also du kannst eigentlich, wie geht es gerade 85? 20 nochmal krass durchziehen und dann nochmal bei Junioren starten, also das ist krass. Wie geht es auf jeden Fall jetzt, derzeit 85? Also ich habe keine Ahnung, was ist ein realistisches Ziel? Wie groß? Für die 1,78? Für den Sommer für den nächsten Jahres, wenn ich da ein Aufbau habe. Also über 95, da wirst du schon sehr dick aussehen, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich habe irgendwann nicht höher gehen. Werden wir dann sehen. Allgemein soll man natürlich schauen, dass ein Aufbau nie eskaliert, in irgendwelche Körperfettbereiche, die plus 20 Prozent sind. Oder dass man sich halt nur gut gehen lässt, weil wir jetzt manche erst Ausrede nehmen. Ja, ich bin gerade im Aufbau. Ja, genau. Solche Leute gibt es natürlich auch, die dann keinen Ernährungsplan mehr haben und auf alle scheißen. Aber wichtig ist, dass der Körperfett, wie ich gesagt habe, nicht zu hoch geht. Denn irgendwann mal kommen natürlich so Faktoren mit dem Spiel, dass die Insulinsensivität nach unten geht. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig im Bodybuilding. Wenn man zum Beispiel Muskel trainiert und danach was isst, dann braucht man das Insulin, damit die Carbs quasi in die Muskulatur rein können. Und wenn das halt eben verringert und immer schlechter werden, durch den ansteigenden Körperfettanteil, hat man eben auch Probleme irgendwo Muskulatur aufzubauen. Und ich bei mir merke teilweise auch, ich habe einfach nicht mehr so einen krassen Pump in der Off-Season oder gegen Ende der Off-Season. Da ist der Pump einfach nicht so krass, wie wenn ich mich in der Diät befinde, relativ gutes Mealtiming hat und dann die Mahlzeit richtig reinhaut. Also Körperfettmäßig solltet ihr euch maximal so zwischen 15 bis 20 Prozent bewegen. Natürlich jeder hat dann den eigenen Setpoint, aber arg viel höher würde ich dann auf jeden Fall nicht gehen. Denn wenn ihr irgendwann mal wieder eine Diät machen wollt, dann habt ihr natürlich noch viel, viel mehr Fett zu verlieren. Und die ganze Diät dauert noch viel, viel länger. Und Diät macht jetzt nicht so viel Spaß wie Off-Season, sind wir ganz ehrlich. Jetzt zusammenfassend können wir sagen, wir haben die gleichen Probleme wie ihr. Wir sind auch nur Menschen, deswegen macht euch da keinen Kopf. Schaut, dass ihr nach einer Diät euch so ein, zwei Wochen auf euren Körper hört. Wenn ihr mal Lust auf eine Pizza habt, dann esst doch die Pizza und verweigert es euch nicht. Denn sonst etabliert ihr eine langfristige Essstörung. Das ist auf jeden Fall das Schlechteste, was ihr machen könnt. Denn der Leonie zum Beispiel, die hatte zwei oder drei Jahre lang nach ihrem Wettkampf eine Essstörung und Essanfälle. Und das will, glaube ich, niemand, dass es in solchen Binge-Anfällen mündet. Deswegen hört auf euren Körper, gebt euren Körper das, was er braucht. Und dann nach einer gewissen Zeit, so zwei bis vier Wochen, könnt ihr auch mal schauen, dass ihr so langsam wieder anfangen, Lebensmittel zu tracken. Natürlich davor nicht zu eskalieren. Genau, danach einfach wieder anfangen, Lebensmittel zu tracken. Zu schauen, dass man nicht zu schnell zu viel Körperfett zunimmt. Und einfach zu schauen, dass der Fokus aufs Essen weniger wird. Man sich gut fühlt, man wieder gut schläft, man allgemein mehr Energie im Körper hat. Vital ist, ja. Genau, vital ist. Und dann soll auf jeden Fall eure Gesundheit und euer Wohlbefinden nichts mehr im Wege stehen. Und yes, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Eine Sache noch, und zwar vor ein paar Tagen ist das neue No Way rausgekommen. Und zwar Popcorn, Karamell. Hat ein richtig geiles Mundgefühl. Paul zeigt schon, es ist unglaublich nice, wie dieses No Way schmeckt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Porridge, Alter, mega. Ja, mega, mega geil im Porridge. Schmeckt richtig, richtig nice. Das heißt, Mundgefühl ist nicht von dieser Welt. Also da die Produktentwickler auf jeden Fall nochmal ein richtiges Brett rausgehauen. Ist nämlich nicht wie die anderen No Way, sondern hat eine andere Produktkomponentenzusammensetzung. Ja, genau. Deswegen ist, also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ist unglaublich nice. Über den Link in der Videobeschreibung gibt es nochmal ein Team Rocker Exclusive kostenlos dazu. Wir bedanken uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.